Hallo Leute, der tägliche Booster. Es ist mal wieder so weit. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Los geht's. Gongen Eismine, dann haben wir Kaizen Wachposten, Jäger der Venus Garnison, Themis ausgebauter Asteorit, Shikami Krieger, Spassky Schnellfeuerpistole Typ 2, Gongen TAF, Alter Jäger der Serial-Ski, Mienfeld, Sohojäger, Gaia, Longbow Rakete 27b, Devanar Damir, Europa Versteck des Spielers, und unsere Rare Karte Tavangamiya. Ja, dann bedanke ich mich wieder fürs Zuschauen. Und wenn ihr mehr Folgen sehen wollt, ihr kennt das ja, dann abonniert meinen Kanal. Klickt auch auf die Glocke, dann verpasst ihr nichts mehr. Und dann hoffe ich, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, ciao. Bis dahin. Tja, da. Dja. Dja.